So Eisenberg, jetzt habe ich hier deine Überraschung erlebt. Jetzt bist du dran, mein Freund. Können wir uns hier einfach mal auch so anzünden? Gibt es hier noch? Gibt es hier noch irgendwelche Buttons, die man klicken kann? Nee, leider nicht. Wir müssen mal wieder lesen. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Missstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experimenten und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag. Sie ist stark. Dank der Mega-Mizeten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Bulk, Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht... Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Interessante körperliche Eigenschaften. Ja, also irgendwie... Also wenn er sich die Hand hier abhacken lässt und dann einfach... Und ich klebe mal schnell wieder an und gucke, es ist wieder da. Also ja, da muss irgendwas sein. Wahrscheinlich würde er sich auch bei Resident Evil 7 irgendwie angesteckt haben. Mit diesem Pilz. Oder es kommt noch völlig anders. Na, schauen wir mal, was jetzt kommt. Was uns erwartet. Okay. Erstmal nichts. Hm, Point of no return. Oh je je. Weiß nichts Judith, dat weiß nichts Judith. Okay. Wurde jetzt wohl, glaube ich hier, der Bossfight stattfinden. Ja. Ist auf dem Ausläufer hier. Da ist alles nachgeladen. Gut, dann nehmen wir auch erstmal den Granat. Wäre fair. Boah, das wäre ja nicht für mich jemals. Ach, scheiße. Ne. Äh, okay. Okay. So, jetzt bitte lass mich nicht so einen Trigger-Happy-Finger wieder haben. Ich habe jetzt den Granatwerfer in der Hand. Das wäre jetzt nicht so klug. Warte mal, wir wechseln wir mal. Vorsicht, Server scheint ein bisschen ruhiger zu sein. Ey, ich kenne mich. Auf einmal so. Das ist eine gute Idee. Öffnung. Was zum? Nicht schlecht. Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Das ist eine gute Idee. Ja, und jetzt? Das ist doch ein Witz. Okay. Hier gibt es ein bisschen noch was. Ja, ja, ja. Ich dachte, es gibt vielleicht noch was hier so schön ist. Ja, wird... Wenn das nur holt, irgendwie... Jetzt hat er uns ganz runtergeprügelt. Das ist mir wieder ganz hoch, Alter. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz, wie in Louisiana, verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann ihn nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsitze. Du nimmst den Aufzug. Wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus. Versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Ich kann ihn zurück mehr. Ich darf Panzer fahren? Cool. Ich bin verwirrt. Was hast du, Steve? Äh. Also, was. Ich bin gerade. Ich weiß es jetzt gerade. Ja, nie, würde ich dazu sagen. So, Chris sitzt jetzt. Jetzt ist es jetzt hier in dem Scheiß Ding. Und baut sich ein Panzer zusammen. Sind wir hier beim E-Team, oder was? 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 Was soll denn das jetzt sein? Warum? Also, das. Okay. Also, Mia ist nicht unsere Frau gewesen. Sondern halt Miranda. Ja, okay. Äh, ja. Das ist also jetzt doch nicht so böse, wie wir anfangs angenommen haben. Aber es kommt mir jetzt ein bisschen Hanebüchen gerade vor. Es ist halt so, haben sie jetzt versucht, irgendwie auf Teufel-Gum-Raus jetzt hier eine Lücke zu stopfen. Naja, okay. Aber weiter geht's. So, was haben wir denn da? Gucken wir mal. An Houndwolf-Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit den Organisationen. Mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit den Mutamizet infiziert zu haben, was ja eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikrie. Die Leute, die nicht wissen, was Mimikrie ist. Mimikrie ist quasi das Simulieren einer anderen Gestalt. Manche Insektentypen können das. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mir ausgegeben und ist in Eatons Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig, die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet. Deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Ja, trotzdem Quatsch. Also, was will man mir jetzt erzählen? Heisenberg hat sich das gebaut? Glaub ich nicht. Ist, ja, ne. Also, okay. Gut. Den schauen wir mal. Den Panzer fahren! Na gut, dann fahren wir jetzt mal Panzer. Yay! Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache, es schießt. Ich komme, Rose. So, jetzt will ich jetzt mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Äh, halten. Und Geschütz abfeuern. Locken. Aha, Maschinengewehr. Geschütz ist. Leck mich auch mal. Das ist ja mal. Stört, denn der sich? Oh Gott. Ja, wie ein Panzer. So, gar nicht laut! Aber du hast auf jeden Fall unendlich Mut. Und jetzt kannst du erst mal schlonzen, was geht. Oh. You enter the battlefield. Alter, tu auf! Geschütz benötigt einige Zeit zum Nachhinein. Du, du verdammte kleine Kakaulake! Du, Blatt, du bist mir der Wache! Gib ihm! Oh, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Wesenstück. Lass uns das klingeln. Alter! Ja, wahrscheinlich die roten Punkte sind deine Spots, die da. Oh shit. Eicke, müsste ich da jetzt an den einen roten Punkt treffen, oder nicht? Aua! Gib ihm die Rakete! Yeah! Rakete bereit! Verneige dich vor meinem Stahlkörper! Vor meinem Stahlkörper! Ich töte sie mit der Macht, die sie mir kam! Ein Song wie ein Buchesstift! So, zada! Wo ist denn jetzt hier der Red Point? The Red Button! Warten! Nee! Oh! Nice! Ich bin ein verdammter Freund! Schön mit Ding! Die Zeit für Spieler ist vorbei! Einmal raufschauen, oder was? Oder wie? Ja, haut der Rakete rauf! Ah, irgendwo... Irgendwo hast du noch was! Ja, sieht nicht mehr so frisch aus! Oh! Okay! Feuer! Wow! 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 Nein, nein, meine Metall-Armee! Ich bring diesen verdammten Winter um! Äh, warte. Nein, falsche Taste. Immer wieder, wirklich die falsche Taste. Ausrüsten. Oh, nicht aufgeben! Wo bist du denn? Wo hast du denn noch was? Warum bin ich denn nicht so schnell? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Nix auslichtslos. Doch, doch. Oh, es geht in den Rest. Nein, 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 nein. Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Gib mir ne Waffe. Irgendwas. Gib mir den Panzer. Feuer. Okay. Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer, Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Ohne Heisenberg. Ohne Heisenberg. Ohne Heisenberg. Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus! Und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Keine Sorge, Evelyn. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycet wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbundenem Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Etwa da sind wir nicht mehr. Und dann geht's meine Tochter. Ich werde sie immer nur frank. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ich werde mich unbedingt mehr schüfft.